Mein Name ist Harzun Suryde. Aber alle nennen mich Ainur. Sie könnte ich sein. Oder auch sie. Aber nee, das bin ich. Ich bin nur eine Frau. Mach uns ja keine Chance. Die sich nicht vorschreiben lassen will, wie sie und ihr Kind zu leben haben. Diese Ehe ist die Hölle. Erst verlässt du deinen Mann. Und jetzt verlässt du deine Familie. Und damit habe ich den Tod verdient. 1 Uhr stimmt es, dass sie in einem Supermarkt jobben. Nachzeitig wollen sie meinen Jungen kümmern und zur Schule gehen. Ich krieg das hin. Du gehörst nicht mehr zur Familie. Das war's. Daran bist du selber schuld. Du und dein Scheißverhalten. Du sagst mir nicht, wie ich mich benehmen soll. Ich rede, ich lache, ich fickel, wann und mit wem ich will.